Jo, da bin ich wieder. Also, ich bin jetzt... So, ich zeig das mal eben auf dem Handy. Ich hoffe, man sieht's. Ich bin jetzt da... Und da ist das Meer. Problem ist, zwischen da und da kommt keine Brücke mehr. Hab ich gerade eben festgestellt. Ich mein, gut, dass ich jetzt festgestellt hab. Ich hab mich sonst schon weiter in... Richtung Meer gefahren. Und da hab ich im Moment auch... nicht mehr so wann ich übergebe. Da schaltet die Fähre also aus. Heißt also, ich darf jetzt... 10 Kilometer zurückfahren. Und mich da über die Brücke treuen. Über die letzte vor der Meer. Und das bei immer noch diesem wunderhübschen Wetter. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade geht. Aber... Ähm... Ja... Ich bin jetzt 35 Kilometer nur durch das Wetter gefahren. Und äh... Spaß macht es natürlich nicht. Aber... Wie willst du machen, ne? Muss man durch. Naja, ich meld mich später nochmal.